Musik Schauen Sie mich an, wie finden Sie mich? Dieses Gesicht ist es nicht widerlich. Bitte, Sie können jetzt sagen, es geht. Dann sehen Sie entweder keine Steht oder Sie wollen mir vielleicht nur mitleidig schmeicheln. Da frag ich Sie konkret, würden Sie mich auch streicheln? Da sind Sie, da haben Sie, Sie sind überführt und ich hab die Abfuhr, die mir gebührt. Also lassen Sie mich doch in Ruhm. Sie sehen doch, dass ich nichts tu. Ich schau mich nur in den Spiegel rein. Und denn mir, muss das wirklich sein? Sollten Sie jetzt sagen, darauf kommt's gar nicht an Weil der Charakter ist das, was zählt bei einem Mann Da kann ich nur lachen, jetzt holt's Ihnen fest. Der ist doch bei mir völlig vergrümmert, verwesst. Zum Beispiel, ich würde bei verschlossenen Türen jederzeit trotz eines Ausseins hübsche Mädchen verführen. Ich bin vorausgesetzt, dass sich eine findet, die sich freiwillig vorher die Augen verbringt. Also lassen Sie mich doch in Ruhm. Sie sehen doch, dass ich nichts tu. Ich schau mich nur in den Spiegel rein. Und denn mir, muss das wirklich sein? Ich schau mich nur in den Spiegel rein. Ich bin mir sicher, Ihnen wird's jetzt zu viel Und Sie werden sich jetzt fragen, wo's ich von Ihnen will. Na klar, in so einer Angelegenheit braucht man schon ein bisschen Aufmerksamkeit. Und das wird Sie jetzt ziemlich schockieren, weil ich will, dass Sie sich so will ich kontrollieren. Probiert Sie es doch so an und schaut in den Spiegel rein. Dann hab ich das Gefühl, ich bin nicht allein. Also lassen Sie mich doch in Ruhm. Sie sehen doch, dass ich nichts tu. Ich schau mich nur in den Spiegel rein. Und denk mir, ich bin nicht allein. Ich schau mich nur in den Spiegel rein. Vielen Dank.